Hi, ich bin's, euer Flo von Bike24... Naja, ein Versuch was wert. Hi, ich bin der Flo von Bike24. Wir haben heute was Neues bei uns ans Rad gebaut. Was genau das ist, zeigen wir euch bei uns im Lager. Wie wir euch gerade draußen auf dem Dreh schon angekündigt haben, gibt es was Besonderes, was Neues. Und zwar aus dem Hause Shimano. Damals in den 80er Jahren wurde ja mit der XT die erste Mountainbike-Gruppe überhaupt entwickelt. Jetzt, 2019, kommt die XT auch als 12-fach-Gruppe, passend zur Schwester, zur XTR. Ja, und wir würden euch einfach mal kurz alle Teile vorstellen. Wir fangen mal mit der Kurbel an. Und zwar zur Kurbel gehört natürlich auch das Kettenblatt. Das spezielle Kettenblatt-Design dient dazu, dass die Kette auf der Oberseite schön festgehalten wird und auf der Unterseite leicht wieder losgelassen wird. Das ist natürlich wichtig, gerade bei den Einfachantrieben, dass die Kette nicht verloren geht. Wie bei der großen Schwester, der XTR, ist das Kettenblatt Direct Mount montiert. Und die Zähne-Range reicht beim Einfachantrieb von 28 bis 36. Beim Zweifelantrieb hat man die Möglichkeit, 36 und 26 Zähne zu fahren. Die Kurbel an sich ist wie gewohnt in der Holotech 2-Bauweise gefertigt und wir haben auch eine Boost- und eine Non-Boost-Variante. Kommen wir zur Kassette. Die Kassette ist ausgestattet mit der Shimano Hyperglide-Technologie, welche für äußerst präzise Schaltvorgänge und natürlich auch einen leisen Kettenlauf sorgen. Also wie man es von Shimano gewohnt ist. Die obersten zwei Ritzel sind aus Aluminium gefertigt, einfach um ein bisschen Gewicht zu sparen. Die Ritzel an sich sind auf einem Aluminium-Spider befestigt, welcher auf den neuen Micro-Spline-Freilaufkörper passt. Die Abstufungen der Kassette sind in 10,45 für kleinere Gangsprünge und in 10,51 für eine möglichst große Bandbreite erhältlich. Kommen wir zur Kette. Die Kette ist natürlich ein Herzstück des neuen XT-Antriebs. Auch eine besondere Zwölffachkette, welche für sehr leise und präzise Schaltvorgänge sorgt. Die Kette hat chromierte Inlaschen, was auch nochmal der Haltbarkeit sehr zuträglich ist. Auch beim Schaltwerk gibt es wie bei der XTR zwei verschiedene Versionen, je nach den Kapazitäten für Einfach- und Zweifachantriebe und die 10,51 bzw. 10,45er Kassette. Für noch mehr Fahr- und Schaltkomfort hat Shimano die 13 zähnegroßen Leit- und Spannrollen montiert, sowie ein Gummidämpfer. Damit das Schaltwerk immer fest ist, auch in holprigem Gelände, gibt es auch hier die Shadow RD Plus Technologie. Hebel rumlegen und das Schaltwerk ist fest. Das Besondere am Schalthebel ist, dass man diesen zusammen in Kombination mit einem Bremshebel in der Iceback EV-Variante kombinieren kann und mit 14 mm Verstellmöglichkeit ziemlich gut an die eigene Fingerlänge anpassen kann. Klassisch bei Shimano auch die Möglichkeit des Two-Way-Releases des hinteren Hebels und des Multi-Releases beider Hebel. Also man kann mehrere Schaltvorgänge mit einem Hebeldrücken auslösen. Die Shimano-Bremse. Wer sie einmal dran gehabt hat, wird sie wahrscheinlich nicht mehr abbauen. Die neue XT kommt in zwei Kolben- und einer vier Kolben-Variante. Zum einen für Cross-Country, zum anderen für Endoro und Trail. Die Besonderheiten am Hebel sind, dass sie an zwei Punkten abgestützt wird, dadurch mehr Steifigkeit erreicht und eine höhere Leistung. Also kurz gesagt, höhere Leistungsfähigkeit, schnellere Reaktionen, weniger Leerweg. Neu sind auch die Bremsscheiben bei der XT mit der Ice-Technologie Freeza. Das heißt, es ist ein Aluminiumkern in zwei Edelstahlschichten eingebettet mit Kühlrippen versehen. Das leitet natürlich die Hitze schneller ab und sorgt damit für mehr Bremsleistung. Auf jeden Fall noch erwähnenswert ist, dass Shimano auch Naben- und Komplettlaufräder nachgelegt hat. Die Komplettlaufräder gibt es als XC-Variante mit einer 24 mm breiten Felge und 28 Straight-Pull-Speichen Leerlaufrad. Und die Enduro-Felge kommt mit 30 mm Breite und 28 J-Band-Speichen. Das Ganze ist wiederum als Boost- und Non-Boost-Variante erhältlich und in 27,5 und 29 Zoll jeweils. Damit kommen wir auch schon zum Schluss. Wir haben hier noch den All-Time-Favorite, die XT-Pedale. Eigentlich unverwüstlich und auch die hat ein kleines Design-Update bekommen. Das war die neue XT von Shimano. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr mal kommentieren würdet, ob die 12-fach XT für euch ein Update wert ist. Ansonsten danke fürs Zusehen, euer Flo von Bike24. Ciao! Ich hoffe, euch hat das Video gefallen.